Dies ist eine Information der Stadt Bern. Die Stadt Bern hat eine Fachstelle häusliche Gewalt. Die Fachstelle kümmert sich um Menschen, die von Gewalt betroffen sind, zum Beispiel vom eigenen Partner oder von der eigenen Partnerin, vom Ex-Partner oder der Ex-Partnerin oder von einem anderen Familienmitglied. Häusliche Gewalt kann physisch oder psychisch sein. Physische Gewalt sind zum Beispiel Ohrfeigen, Schläge, Schupfen und Zerren. Psychische Gewalt sind zum Beispiel Beleidigungen, Beschimpfungen und Drohungen. Sexuelle Gewalt in einer Beziehung gehört auch zu häuslicher Gewalt. Wenn Sie davon betroffen sind, können Sie sich bei der Fachstelle häusliche Gewalt melden. Die Mitarbeiterinnen der Fachstellen hören Ihnen zu und suchen mit Ihnen eine Lösung. Möchten Sie Anzeige erstatten? Wir können Ihnen erklären, wie das funktioniert und Sie zur Polizei begleiten. Möchten Sie weg von zu Hause? Wir können gemeinsam mit Ihnen eine Unterkunft suchen. Möchten Sie sich trennen? Wir können Ihnen erklären, wie das funktioniert und Sie bei Bedarf zu einer Anwältin, einem Anwalt begleiten. Wenn Sie jemanden kennen, der oder die von Gewalt betroffen ist, können Sie sich auch bei der Fachstelle häusliche Gewalt melden. Jemand anderes kann zum Beispiel eine Freundin oder ein Freund, ein anderes Familienmitglied oder ein Nachbar eine Nachbarin sein. Auch andere Fachstellen oder Mitarbeitende der Verwaltung können sich bei uns melden und sich beraten lassen. Der Kontakt mit uns ist kostenlos und vertraulich.